Guten Tag, wir sind hier bei der Kerb 2010, die 567er Haarheimer Kerb. Ich brauche einen Kaffee und vielleicht noch ein Stück Kuchen. Der Baum ist auf dem Wagen. Ich brauche einen Kaffee und ich brauche einen Kaffee. 18 Klassen. Ein 6er Punk. Prost Mario. Prost. Schau mal geradeaus, Junge. Ich bin ein Kind. Alex, bring mal mit deinen Hörnern. Niemand hat dir geschissen, Mann. Ihr Mann am Tuzo Haarheim. Herzlich Willkommen. Nimm zu. 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 Ich heiße Pämmelmaaar! Wunderbar!